Hallo und herzlich willkommen zum Kameratest des Oskar C80. Wir fangen mit den Videos an und den Start macht die Hauptkamera im maximalen Modus und das ist Full HD Auflösung mit 30 FPS. Und auch mit der Frontkamera beträgt die Hauptkamera. Die Videoauflösung Full HD bei 30 FPS. Die Videoauflösung Full HD bei 30 FPS. Die Videoauflösung Full HD bei 30 FPS. Die Videoauflösung Full HDaden einer Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.